In Biene Maya gibt es doch bestimmt eine Stereo-Fliege, die da eine bedeutende Rolle spielt in der 800.000. Folge, als Willi mal wieder nichts machen will. Daher kommt die Stereo-Fliege und das war die ganze Handlung. Es gab nur die berühmte Folge, in der Willi in die fleischfressende Pflanze geraten ist. Oh, ist ja falsch, ist ja falsch. Flip ist natürlich... Flip? Flip, der Grashüpfer. Das könnte sein, der hat ja viele arme Stereo-Fliege. Flip ist in die fleischfressende Pflanze reingeraten und hat gerufen, Hilfe, Hilfe. Und dann kam Willi vorbei und hat gesagt, ach, du machst doch, ich kippe hier nur Schabernjagd. Ich bin jetzt Gast. Das war sehr schön, aber wir wissen ja...